Eine neuwertige 1,5 Zimmer Etagen Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in München. 2010 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Wohnfläche steht in der mismos device und an den Einfluss. Dieührung des Auflägen sind in der plannerer Ebene. Etagenwohnung liegt bei ca. 47 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 849 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren.